es geht jetzt alles mit gestartet und jetzt alles mit gestartet und ju hier könnt ihr donaten ich schicke mal ein paar menschen hier ist mein stream Prozent die Sinschen und so ganz am aus Schilder und jetzt wieder mit Tippe-Urm aus Rosten für meinen Menschen wir haben halt in München Musikmrich gleich Ich habe ein bisschen Bullocklux gehabt. Okay. Nehmen wir was jetzt von Nemo. Nehmen wir mal ein bisschen Fatzenreden. Ja. Donate. Bitte, ich brauche das Geld für einen neuen Rechner. Okay, dann. Ich schicke ihn mal bei Skype. Ja. Ich mache ein bisschen Designing. Ich schicke ihn mal den Kabel WLAN. Stream. Probier ich mal bewegen. Bewegen ist hier. Ich sperre mal die ganze Seite. Was? Komm bitte. Ich habe gerade nichts zu tun. Richtig. Oh. Einer. Ich muss etwas jetzt gerade designen. Heute wollte ich eigentlich eine Montage rausbringen. irgendwo. Wo ich probiert was zu machen. Aber irgendwie ist mein Ganzen. Spiele Daten. Die aufgenommen habe es in gelöscht worden. Und jetzt. Schade. Hm. So. Was könnte ich noch machen? Gehen wir uns ein paar Kollegen voll spam noch. So. Benji. Gehen wir nicht. Gehen wir nicht. Wer das ist. Hm. Ich hatte mal was. Neues was mal was design. So. Rackodierung überlastet. Na toll. Stream Ausgabe. Weil ich verfolgt bin sie einzustellen. So. You're very fast. Guck ihn auf wahnsinnig. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. warte muss ich schon was noch einsteigen allgemein ausgabe fast starte mal so schnell neu starte wieder ins stream so jetzt bin ich auch wieder da so vielmehr zuletzt glaubt funktionieren machen wir wieder will gut stream ist gescheitert das ist nämlich gescheitert das gab es egal dann machen wir es in zimmer 4 d es kann sein dass sie vielleicht zwischendurch mal was eine ausschalt schon dass wir waren die wasseränder mal so schnell zu machen jetzt ist gut hi kabel wlan hui hier moderator hinzufügen du bist moderator hier Ich liebe Koalbären. 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 Einstellungen. Ich liebe Koalbären. 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 Ich habe hier drei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 raste aus problem ist ich hätte ich könnte theoretisch auch mit meinen grafikkarte machen aber mal als codierung aber nein nur weil ich enthalten nur wenn grafikkarte sondern mainboard besser gesagt nicht ein pca3 port hat und pca2 was ich bis jetzt nie bemerkt habe deswegen kann ich es nicht so machen und mein wlan also mein lan kann ist sehr stark und ich könnte theoretisch auch mit in bessere qualität doch ein stream so wenn man es nur darüber denkt oh mein gott codierung überlastet ja leckt mich oder mit dem aufnehmen ich würde gerne mal mit schönere qualität aufnehmen aber erst an den pc ab das wird es vielleicht zu ende jahres sein und den alten pc wieder mit meinem bruder zu der der nervt mich etwas hier welche die 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 mein meine auflösung für das okay wird auch bald aufgelöst meine auflösung kommt bald what the fuck lol das deutsch ist kaputt wenn sie mir fragt ja ich bin halb serb und halbdeutscher und lebe in der schweiz nice lol ich schwöre okay ich hab schon langsam gedacht das wäre gedacht das wäre diese komische wanna cry virus diese pose habe ich noch nie im leben gemacht mit dieser ich weiß nicht warum ich habe nie gewusst wie man es richtig so gut macht m 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 Schüttel für den Hübser Schüttel neuer naja ist aber aber früher habe ich mit so einem Kollegen aber das leider YouTube gekürtet haben wir immer so die Design Streams gemacht also nur gute Zeiten schade er mal hat für YouTube gekürtet er hat er keinen Bock mehr so ich bin jetzt noch ein schon hier einstellung ich bin dann weil jetzt glaube ich für paar minuten gemütlich besser gerendert ist mach jetzt ein bisschen die musik davon lauter und dann ja stimmt so ich bin jetzt mal stimmen ups fuck äh noch nicht ich werde entfernen übernehmen ok ich bin mal jetzt für paar minuten stumm mit k Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020